Eröffnet Rennrollstuhlfahrer Thomas Geiersbichler diesen Marathontag. Um 9 Uhr geht es dann los. Marathon und Halbmarathon. Läufer machen sich gemeinsam auf den langen Weg rund um die Stadt Salzburg und an der Spitze auch bereits die Favoriten aus Kenia. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wie schwierig ist denn das? Wie oft muss man das üben? Ja, also man muss schon ein paar Marken schlafen sein. Also in Salzburg glaube ich zum 5. Mal die 4.29, das ist mein Gefühl. Ja, ist natürlich auch sicherlich ein schönes Gefühl überhaupt bei dem Wetter heute. Und natürlich gibt es auch für jeden, der die Ziellinie von Diozziplik ist. Und natürlich gibt es auch für jeden, der die Ziellinie von Diozziplik ist. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020